Einen leichten Gypsy-Einschlag hatte auch Marabellas illegal Welcome to Greece, neu bei Funkhaus Europa. Wrappen, sprayen, designen und tischlern. Der Berliner Lee van Boe scheint eine Menge Talente zu haben. Groß geworden ist Lee als Flüchtlingskind aus Laos im Bezirk Wedding. Als ausgewachsener Designer hat er einen Sessel entworfen, den angeblich jeder und jede selbst bauen kann. Er nennt sein Sitzmöbel Hartz-IV-Sessel, Materialkosten 24 Euro. Lee van Boe's Motto lautet konstruieren statt konsumieren, also gibt es den Sessel nicht zu kaufen, sondern nur die Anleitung im Netz zum Selbermachen. Und den Designer Lee van Boe gibt es jetzt zum Selberhören als Gast im Funkhaus Europa. Lee van Boe, schönen guten Tag. Wunderschönen guten Tag. Ich habe auch übrigens jemanden mitgebracht. Aha, wen denn? Überraschung. Und zwar den 24-Euro-Chair. Der steht genau neben mir. Sag mal was. Können Sie ihn hören? Ja, wunderschön. Schönen guten Tag. 24-Euro-Sessel. Schade, dass wir kein Fernsehen sind, aber mal gut. Warum heißt das Möbel denn Hartz-IV-Sessel? Vielleicht kann er das selber beantworten. Okay, sag du mal. Ja, er beherrscht unsere Sprache noch nicht. Ja, übersetzen bitte. Ja, das Projekt, das gesamte Projekt ist ein soziales Projekt und heißt Hartz-IV-Möbel. Das sind unterschiedliche Möbel, die sich jeder leisten können soll. Und der Sessel, um den es jetzt ganz konkret geht, heißt 24-Euro-Sessel. Deswegen, weil er halt 24 Euro in Material kostet und in 24 Stunden gebaut werden kann. Und zwar von jedem Laien, also auch von Ihnen und von mir. Aha. Wenn Sie sagen, das sind Hartz-IV-Sessel, möchten Sie auch, dass Hartz-IV-Empfänger diese Sessel kaufen? Ja, also das übergeordnete Projekt heißt Hartz-IV-Möbel. Der Sessel selbst hat einen eigenen Namen. Der heißt 24-Euro-Sessel. Und ich habe das Projekt deswegen so benannt, weil das auch ein bisschen was mit meiner Geschichte zu tun hat. Ich habe auch früher mal soziale Leistungen bezogen und habe irgendwann mal so diesen Sprung geschafft, da rauszukommen, aus dieser Lethargie rauszukommen. Und hatte früher den Gedanken gehabt, dass Lebensqualität oder Wohlstand immer nur was mit Geld zu tun hat. Und heute weiß ich es irgendwie besser, behaupte ich mal. Also es hat nicht nur was mit Geld zu tun, sondern auch mit Wissen um die Dinge, die da sind in der Stadt. Und im NRW, in Berlin, in Brandenburg, in Bremen. Es gibt überall Volkshochschulen, wo man Tischlerkurse besuchen kann. Und das habe ich auch getan. Ich habe an einem Wochenende so einen Tischlerkurs besucht. Der geht halt drei Tage, also 24 Stunden. Ich habe mir ein Brett gekauft beim Baumarkt und daraus ist der 24-Euro-Sessel entstanden. Und ich nenne das ganze Projekt Hartz-IV-Möbel, um nicht nur Hartz-IV-Empfänger zu empfangen, sondern der Stuhl ist für alle da. Aber gerade die Hartz-IV-Empfänger, die mich anschreiben, die freuen sich natürlich, dass es so ein Angebot gibt, was wenig Geld kostet, wenig Zeit und hoch motivierend ist. Weil wenn du danach so einen Stuhl selber irgendwie in deinem Wohnzimmer hast und die Leute sagen so, wow, das hast du gemacht, dann bist du so stolz auf dich selbst, dass du danach Berge versetzen könntest. Ja, Sie haben das ja, Sie haben es gerade gesagt, die Idee ist Ihnen während eines Kurses in der Volkshochschule gekommen und da haben Sie ihn auch, glaube ich, zum ersten Mal gebaut. Und jetzt haben Sie Volkshochschulen bequatscht, dass man da Kurse anbietet, wo der Sessel nachgebaut wird, oder? Genau, also es war alles nicht geplant. Ich habe selber diesen Kurs besucht für mich selbst, weil ich halt meine handwerklichen Fähigkeiten aufbessern wollte. Ich hatte einen großen Komplex jahrelang gehabt, weil ich mich nicht getraut habe, so Schränke richtig zusammenzubauen oder meine Regale in der Küche sind alle schief und so. Und ich wollte halt selber einfach mal etwas machen, was ich noch nie gemacht habe. Und als ich dann diesen Stuhl entworfen habe und gebaut habe in der Volkshochschule, war ich dann irgendwann in der Volkshochschule bekannt wie ein bunter Hund. Die nannten mich alle, ah, da kommt der 24-Euro-Mann. Und die Volkshochschule in Berlin war dann so begeistert, dass sie dann selber diesen Stuhl und diesen Bauplan in ihr Programm aufgenommen haben. Und dann wurde es auf einmal zum Selbstläufer und dann haben sich auch Volkshochschulen in anderen Städten bei mir gemeldet, um zu fragen, ob sie den Bauplan haben können. Und ich dachte mir, das ist doch super. Ja, klar. Der 24-Euro-Sessel ist auch sowas wie ein Motivationsprogramm für Menschen, die keine Arbeit haben, sich selber was bauen, selber was schaffen? Ja, also ich denke, es würde zu weit führen, wenn man sagt, dieses Möbel ist so die Lösung für alle Probleme. Aber was es auf jeden Fall zumindest bei mir bewirkt hat, ist, dass ich halt mir bewusst wurde, dass es noch Erfahrungen gibt oder Erlebnisse, die jenseits von dem sind, was ich kenne. Also ich bin halt so ein Facebook-Kind, so Internet und viel am Rechner. Und auch bei meinem Job habe ich eigentlich nur am Schreibtisch zu tun. Und ich habe eigentlich wenig Erfahrung mit so echten Materialien wie Holz. Also das lernt man alles an der Volkshochschule. Also so eine Phase Richtung Splint, Kern und wie man hobelt und wie man mit... Also es ist fast so wie, wenn man eine Beziehung aufbaut nochmal mit einem neuen Menschen. Also es war eine komplett neue Welt und für mich war das eine große Erfahrung. Und diese Welt zu meistern im wahrsten Sinne des Wortes und zu beherrschen, das hat mir ganz große Glücksgefühle gebracht. Und ich glaube, diese Glücksgefühle, die können sich halt auf andere Dinge übertragen. Und insofern könnte man tatsächlich sagen, dass der Bau eines Möbels mehr ist nur als ein Design, sondern tatsächlich auch durchaus so therapeutische Effekte haben kann. Kann man sagen, Sie haben irgendwie so eine Wende in Ihrem Leben durchgemacht? Sie sind ja im Wedding aufgewachsen, waren Rapper, waren Sprayer, haben gesagt, Sie sind ein Computerkind, ein Facebookkind gewesen. Jetzt sind Sie Designer, sind Architekt und Sie machen auch Jugendarbeit zusammen mit einem Verein, der heißt Kiez Tankstelle. Ein guter Mensch geworden? Durchs Hobeln bin ich zum besseren Menschen geworden. So kann man es natürlich jetzt nicht sagen, aber ich habe auf jeden Fall immer ganz aufmerksam beobachtet, was das Land, was die Stadt, was es an Möglichkeiten gibt. Ich war vor kurzem mit meiner Verlobten in Budapest und da habe ich gestaunt darüber, was wir hier in Berlin oder auch in Düsseldorf, Bremen und sonst wo, was wir alles an toller Infrastruktur haben. Und vor allem, also allein Fahrradwege, ja, also wenn man zum Beispiel Holz transportieren möchte und man hat kein Auto, dann freut man sich über gute Fahrradwege und die gibt es hier in Deutschland. Oder man freut sich über ein ausgeklügeltes U-Bahn-System, auch das gibt es hier. Und man kann hier standardmäßig Holzbretter kaufen beim Holzmarkt, auch das ist hier möglich. Versuchen Sie das mal in Laos oder in Istanbul an ein Holzbrett zu kommen. Das ist nicht so, da ist die Infrastruktur nicht so richtig da. Und das Besondere ist auch, wir haben hier in Deutschland so eine wundervolle Designkultur geprägt durch den Bauhaus, durch die Bauhausschule und das sind alles die Dinge, die ich so eingesogen habe wie ein Schwamm und rausgekommen ist halt dieser 24-Euro-Sessel. Ja, das Leben ist schön und der Sessel ist glücklich. Kann er noch mal was sagen? Ja, sag mal was. Alles klar. Leferbo und der 24-Euro-Sessel. Ein tolles Team. Dankeschön. Tschüss. Mehr Informationen zum 24-Euro-Sessel und zum Designerhaus Berlin-Werding im Netz.